moin moin leute weiter geht's wir haben irgendwie eine neue maske aber wir können sie nicht aufsetzen ok dann einfach mal weiter vielleicht haben sie in diesem wachposten eine karte und da gab es nur einen hier gibt es was zu lesen 9 uhr 2 46 abgelöst 11 52 tests objekt wurde die test objekt wurde unruhig musste den posten verlassen habe ihn nicht berührt danach die ausrüstung überprüft 16 40 streit unter den aufsiehern persönliche angelegenheit keine ketzerei 19 8 unerklärliche geräusche im luftschacht wartungsprüfung angefordert und 22 51 eindringlings alarm befehl zum verlassen des postens erhalten das ist nichts für uns diese ketten geht es hier weiter an diesen hebeln können wir nichts machen diese teile kriege ich nicht nicht dass wir hier irgendwas übersehen aber es sieht nicht so aus es war nur das schriftstück der hat irgendwas von der karte gefaselt da muss es hier weitergehen ich wusste doch irgendwas ist da oben noch nur was hier müssen wir lang ich war in der verkehrten ecke ich sollte gleich bei treppe b sein ich muss nur den wachen aus dem weg gehen ich hoffe dass sie das licht von der taschelamme nicht sehen oh oh wenn der hier hochkommt bin ich der Katz macht er nicht weil ich komme nicht zurück komm komm hau halt ab komm hau halt ab jetzt kommt er doch hier hoch Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Äh, wir haben viel Rauch. Aber ich komme hier nicht durch. Er sieht mich zwar nicht, aber ich komme nicht an ihm vorbei. Bitterbös. Ich kann ihn nur versuchen wegzulocken. Komm, latsch zu. Oh, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Es muss den Weg geben, die Türe zu öffnen. Hier haben wir es zu lesen. Oh, täglicher Bericht. Testobjekt Anne Kontrollgruppe verstorben. Oh, das war wohl mit einem fettes Messer, die Akkupunktur. Testobjekt Brigitte, heißes Ölbad. Verstorben, Leiche zur Einäschung vorbereitet. Hier kommen wir auch nicht rein. Oh, jetzt. Komm rein. Was ist das? Was? War da irgendviel? Wer hat jetzt diese Wache kalt gemacht? Da kommen wir nicht mehr hin. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Hört sich an wie der Predator. Vielleicht ist er freundlich. Hier ist etwas. Ich kann bestätigen, dass das Blut des Exemplars eine Wirkung auf die Seuche hat. Es scheint die Ausbreitung vollständig zu stoppen. Es sind weitere Forschungsarbeiten nötig. Mal schauen, was wir hier. Hat der irgendwas? No. Ist es das, was ich denke? Na, was denkst du denn? Äpfel verfault. Jo. Hier ist wieder was. Ach, das hatten wir schon. So, blau haben wir voll. Da gehen wir nicht hin. Gibt es hier vielleicht irgendwas? Ach ne, von hier kamen wir, da hat der uns festgeklemmt. Der Eumel, hier ist noch was. Ach, das kennen wir schon. Was ist denn das? Dorotheas Medaillon. Unseres. Hier lesen wir. Ein silbernes Medaillon mit dem Symbol für die Quelle der Ewigkeit in einem Blumenzopf. Es symbolisiert die Zugehörigkeit zum Schwesternorden. Oh, ein Memento. Das heißt, wir können irgendwann nochmal leveln. Was war denn das, wo, wo mussten wir jetzt hin? Hier, oder? Ach ne, wir müssen jetzt irgendwo eine Tür aufmachen und die ist wohl jetzt offen. Genau. Ach, ich hab kein gelbes. Das gefällt mir nicht. So, wir gehen zur Main Hall, zum Kontrollraum und zum Kristall Workshop. Großartig. Nach dem nächsten Gebiet sollte ich bei Treppe B sein. Das sieht nach nem Rätsel aus. Genau, und das müssen wir wohl ... Ach, man kann die verdrehen. Verdrehen. Die muss zu uns schauen. Ich schätze mal so. Die mit dem Schwert muss zur Seite schauen. So. Könnte passen. die mit der Fackel muss zur Schwertträgerin gucken. So, und wen haben wir noch? Diese. Einmal rum. Nochmal. Hier kommen wir noch nicht rein, oder? Nope. Lampe anmachen. Hier ist wieder irgendwas zu lesen. So. Werte Mutter Oberin, wir müssen die Anzahl der Patienten verringern, die mit der Seuche infiziert werden. Wir folieren eine Menge wertvolles Material, um Schock zu erzeugen, der viele unserer Werkzeuge antreibt. Ich empfehle dringend Patienten mit einer schlechten Prognose für den Abbau von Kristallen einzusetzen. Tja, wie im richtigen Leben. Die Leute werden unter Schock und Angst gesetzt. Und dann kann man die politischen Agenten besser umsetzen. Was ist das? Lieferung, Kristallausstattung. 1999 gehärtete Fläschchen, isolierte Stahlzangen und Prototypenfläschchen. Ist das was gelbes? Ne. Oh, schade. Aber irgendwas sollte es hier noch geben, dass wir dort weiterkommen. Auch hier ist ein Schalter. So, jetzt haben wir wohl die nächste Türe offen. Und rein ins Vergnügen. Oh. Ich habe schon mal wieder ein bisschen Gänsehaut. Das sieht sehr einladend aus. Ich kann in der Kontrollruppe von der Plattform näher an diesem Kränen. Da ist wieder was. Lieber Prophet, ich wünschte, wir wären alle gesund. Lass Opa Edward nicht so nervös sein. Lass Oma fröhlich sein und uns nicht für immer vermissen. Ich will auch, dass meine Mama mehr lächelt und sich nicht immer Sorgen um mich machen muss. Zum Feiertag wünsche ich mir eine Schleuder. So eine mit einem elastischen Band, die Steine verschießt. Opa hat gesagt, dass man irgendwie mit den Traummonstern fertig werden muss. Gabe Das nächste Memento. Cool. Wie kommen wir denn hier rein? Das war eine Mine. Das habe ich klasse gemacht. Tinnitus. Iron Fie. Mensch bin ich depp. Was, 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 was passiert denn hier? Ach, das Teil ist so neu gekommen. Er erschreckt mich halt nicht so. Ich möchte hier alles durchschauen. Nicht, dass wir noch ein Memento eventuell liegen lassen. Das wäre nicht schön. Von hier kamen wir. Müssen wir nach unten? Nee, nach oben. Warum komme ich hier nicht rein? Vielleicht von oben? Kommen wir hier drauf? Oh, hier. Kommen wir drauf. Ich weiß, wie das würde enden. Ich weiß, dass mein Sohn ist der true Prophet. Ich weiß, was du zu ihm machst. Die Todesmacht. Die Todesmacht. Die Todesmacht. Die Todesmacht. Die Todesmacht. Für was? So er kann es gewinnen? So er wird ein Gott. Es ist mein Sohn, Gabriel, der ist der Ein. Er ist wert. Er ist wertvoll. Er hat seine Begeleidung mit der Plage allowed uns zu entwickeln mirakulanten Dinge. Wie Sie sehen da unten. Du wirst mich nicht töten. Ich werde mich retten. Ich werde mein Sohn. Und ich werde alles machen. Ich werde mich retten. Na, legum hier. Das ist ja schrecklich. Wo sind wir? Dieses Miststück. Ich bringe sie um. Ich muss nur hier raus. Hoppala. Wir müssen uns wieder nach oben kämpfen. Mann, die sollen doch unserem Gabriel kein Blut abzapfen. Wo geht es denn hier weiter? Wir kommen wieder hoch. Das ist aber doch aber. Und vielleicht kann man das mal machen. Also im Käfig gefällt er mir schon viel besser. Anderen und Kuh. Oh, 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 oh. Hör das einfach auch mal auf. Oh, ja. So, holen wir uns Mutteroberin jetzt. Mein Blut wert? Ja, kannst Blutwurst machen. Hier geht's hoch. Was, du? Warum, bist du still? Oh, wei. Was ist das? Oh, wei. Was hat jetzt die Mutteroberin gekillt? War irgendein gehirntes Vieh? Zu schade, da ich sie nicht selbst töten konnte. Das passt. Ach, jetzt ist hier offen. Mit dieser Maschine kann meine Maske stärker werden. Ich habe hier irgendwo eine Wächtermaske gesehen. Dann nehmen wir mal die. Gibt's hier sonst noch was? Ein grauen. Gelb könnte er mir mal ein bisschen geben. Das geht nicht. Na, hier. Na, hier. Wir brauchen Strom. Die Wächtermaske rein und unsere Maske ran und dann wird ordentlich gepimpt. Die Wächtermaske rein and ist mit der Angelektronik. Die Wächtermaske reinigen. Ich habe hier, die Wächtermaske in dieser Zeit. Irgendwann. Die Wächtermaske reinigen. So, die ist jetzt wieder gleich dampfend auf. Oh, neue Maske freigeschaltet. Maske der Wache. Oh, das ist schwarz jetzt, schwarz-weiß. Und was kann ich damit? Ich weiß es noch nicht. Und vor allem, wo müssen wir jetzt hin? Da hinten die Tür. Mö, darf... Oder doch... Oh, hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir doch schon. Kommen wir hier wieder zurück? Das hatten wir schon, ja. Ich muss da nicht zurück jetzt, oder? Nope. Dachte ich mir. Ich glaube, das ist aufgegangen. Da müssen wir hin. Oh, nee, hier. Isolation Ward. Quarantäne Station. Hey, Hugh, hilf mir! Wir müssen die Kälte hochziehen, um hier rauszukommen. Ich bin nicht allein hier, um zu entkommen, muss ich herausfinden, wie ich diese Käfige bewegen kann. Wir kommen nicht zurück. Hier geht's auch nicht weiter. Na, das ist ja jetzt übel. Wächtermaske, können wir damit irgendwas, vielleicht Feindes sehen. Da ist eine Leiter. Äh, bin ich blöd, oder was? Äh, bin ich blöd, oder was? Ich krieg gleich Panik. Ich seh was ganz Offensichtliches nicht. Wie kann ich die Käfige bewegen? Wo sind hier Käfige? Ich seh ja gar keinen. Ich glaub nicht, da ich dort hinschießen kann. Nö. Oh Gott. Na, da ist jetzt lustig. Ich bin jetzt schon wieder mal wieder komplett Gelände blöd. Wo kommt denn der Schlüssel her? Und wo muss ich mit dem hin? Hier, zurück. Nee. Uh, Leute, Leute, macht das bitte nicht mit mir. Jetzt lässt mich das Spiel wie ein Idiot dastehen. Habt den Schlüssel einfach nicht gesehen. Ah, sind die unsichtbar. Oh, Tatsache. Na, schönen Dank. Hier kommen wir auch runter. Hier kommen wir überall runter. Was ist hier? Hier ist eventuell keiner von denen. Wir haben einen gelben. Und das sieht mir nach einem Memento aus. Oh, Rot ist auch sehr, sehr knapp. Ich hoffe, da ist Rot drin. Jo. Rot gegen Rot getauscht. Und F. Ich habe diesen Brief von Mama bekommen. Ein Jahr, nachdem sie uns verlassen hatte. Sie sagte nicht einmal, wo sie sich aufhielt. Nur, das ist ihr Leid, jede. Zwei Seiten voller Entschuldigung. Ich habe diesen Brief gehasst. Wieder ein... Memento. So, jetzt wird sie wohl hier raus. Ah ja, kommen wir hoch. Jo, sie ist übel sportlich. Unsere Dorothea. Oh oh. Nein, 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 nein. Bleib oben. Du kannst doch hier nicht. Was habe ich denn... Man sieht sie nicht mehr. Sobald man die Schleuder zieht. Blau haben wir alles. Ich würde sagen, wir klettern gleich mal dort drauf. Bitte nicht verrecken. Rauf. Ja. Na, ist ja schön, dass uns der Fuzzi nicht kriegt. Sie sind nicht zu sehen. Nur mit der Wächtermaske. Rauf. Und zwei sind das. Können wir die hier sprengen? Rauf. 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 Oh Gott. Wenn ich gelb nehm. Jetzt schau ich mal, ob die da hinrennen. Tatsache. Tatsache. Oh, ich muss das erst mal... Erst mal scharf machen. Haben wir einen erwischt. Oh, das war Rollentausch und geteilter Tod. Das waren zwei Achievements. Ich habe sie alle zwei erwischt. Na geil. Das war cool. Das war cool jetzt. Staircase. Staircase. East Wing. Tatsache. Und da müssen wir hin. Und da müssen wir wohl hin. Oh, 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 oh. Was ist jetzt? Jetzt muss ich dort muss ich die grüne Maske aufsetzen. Jetzt schauen wir mal... Obwohl wir hier irgendwas finden. Hier ist irgendwas. Die Grüne brauchen wir aber. Die haben alle nur einen dabei hier. Na, drei Rote haben wir ja. Ach, da waren wir schon drin. Ja, wir müssen wohl weiter jetzt. Denn hier ist nichts mehr. Oder können wir dort drüber springen? Ne, da geht sogar. Ey, ich hatte doch die grüne Maske auf. Hier waren wir schon. Wo geht es jetzt weiter? Oh, ich muss mich erst mal wieder neu orientieren. Da auf gar keinen Fall. Hier wahrscheinlich. Wo können wir noch ein bisschen leavenen. Hier haben wir zwei Hebel. Ach, jetzt können wir mehr von diesen Kristallen mitnehmen. Aber jetzt spucken sie keine mehr aus. Was passiert hier? Was passiert hier? Hier kommt er wohl zurück. Die haben doch irgendwas gesagt. Oder muss ich jetzt erst dorthin und dann können wir eventuell an der Seite lang. So Leute, sorry für das bisschen abrupte Ende heute. Aber ich habe gesehen, ich habe überhaupt keine Zeit mehr. Ich muss ab. Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Und bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020